Und die nächste Runde gegen den FTS-Clan. Gegen zwei davon. Weil sie sich beschwert haben. Weil, dass wir ohne Killcam gespielt haben. Es ist ein Sakreleg, ohne Killcam zu spielen. Ja. Wir könnten ja gespielt haben. Hast du den ersten erledigt? Jetzt haben sie mich von hinten gemacht. Oh yeah. Ich steh auf. Ich steh auf. Ich steh auf. Ich steh auf. Ja, okay. Ähm, äh, äh. Die Kinder. Ich bin der Schächter. Oh man. Los, Fortuna. Warum töten sie mich jetzt die ganze Zeit? Ich versteh's nicht. Aber ich hab die Leiche, die geht voll ab. Mir ist runtergefallen. Und... Verdammt. Verdammt. Hast du mich geschossen? Nein. Okay. Er ist unter dir. Warum... Oh man, warum hab ich nie gesehen, dass der unter mir läuft. Das... 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 Da... Das... 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 Und wenn ich sicht, das das... Ich... Das... Wir liegen hinten, aber nicht zu singen. Kannst du es nicht. Ich weiß. Denn weiß ist eine Farbe. Warum sehe ich die eigentlich nie, wenn die mich angreifen? Zack, beide Headshot-Pistole. Camper. Ich saß da ein paar Sekunden. Headshot mit der Pistole, es kann nur Cheater sein. Äh, jetzt bin ich schon wieder tot. Oh, ich hab den schlechtesten Score, den man überhaupt haben kann. Oh, Mann. Kaum gehe ich rein, schon sterb ich. Ich spiel der P5. Und der G3 erreiche ich gerade nichts. G3 Emotiv. G3 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 Eich ahhh. G3 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 G4 G3 Ja macht er nicht. Ich kann ja nicht alles sehen. Hinter dir. Ach so, du bist schon tot. Komm ich schon noch mehr rein. Ich lutsche gerade big time. Wir sind beide wieder zusammen miteinander. Auch die Idee immer auf dem Boden, wenn ich den einen angreifen werde. Übersehe ich die. Drohne und gehört. Hast du nachgefragt, wie du gekillt wurdest? Mündlich ja. Ja, aber das kann ich nicht hören. Hätt ich dir Wahl sagen sollen. Mein Gott, erst irgendwo oben. Ich hab ihn da. Komm komm komm. Granate, töte ihn. Nein, ich hab mich selbst getötetet. Juiiii. Ja, das geht würden. Vielleicht. Oh, um. Was? Was? Keine Bocken. Echt kein Durchhaltevermögen. Echt kein Durchhaltevermögen. Was sind solche... Ach, ich würde fast sagen... Angsthasen. Ich wechsle in der Seite. Ich wechsle in der Seite. Ich wechsle in der Seite. Tja, mein Puls. Das ist nicht mein Puls. Oder mein Blutdruck. Ich wechsle in der Seite. Aber ich bin so schlecht. Die liegt auch noch hin. Du nimmst mich. Oh, Mann. Du nimmst mich. Du nimmst mich. Du nimmst mich. Du nimmst mich. Wolltest du noch nicht mehr Jugend erzählen oder was? Ja, ich erzähl mir doch davon, wie du bei den Pfadfüdern aufgenommen wurdest. Wurde ich ja noch nicht mehr. Es ging alles an. ein um es ist wichtig was mit dem Kopf geschossen um wenn es ein Leben bekannt begann mit älteren um ein Gott um ein Gott Juli in der EU die Tod nicht und alles nicht auf Schlacht fällt es sei denn ich weiß davon was dass es so machen will sondern das ist vielleicht nur vielleicht ich weiß doch dass du da bist irgendwie die 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 geht sie zu tun ob es nur bis zu wo bist du ich glaube jetzt gibt es nicht jetzt gibt es nicht das sage ich dir Wenn wir uns einfach mal einen Sniper-Duell liefern, hab wir jetzt. Das weiß ich auch, dass ich ne Drohne gestartet habe. Aber du bist da. Wohin, still ran! Lutz, meine Eier. Wie wütend mich das macht. Hier geht die Eier mit Schariba. Ohohohoho. 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 Nein, Alter. Nein! Ein schöner Abschluss und ein schöner Abschluss Schrei für das Video. Nein! Jetzt will ich nochmal das Sniper-Duell bei Klaus. Okay.